Hallo, ich bin Hans, bin in der Schweiz geboren und lebe in Kanada und mein Familienname ist Berger. Heute ist der letzte Schultag, ich bin seit zwei Monaten hier und jetzt habe ich C1 mit Julio in der Klasse. Und es ist wunderbar, wir schauen Filme an oder so. Wir haben gestern einen Film und Pellicula angeschaut und da ist alles der Text. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Schule. Sie haben ausgezeichnetes Schulmaterial und die lehrt sehr motiviert und vor allem talentiert. dann das Spanisch oder die Spanischkenntnis weiterzuleiten. Und ich freue mich wieder zurück zu kommen, vermutlich in einem halben Jahr. Also, Konklusion, Zusammenfassung, es ist eine super Schule. Und ich fühle mich hier wie in einer Familie, nicht wie ein Schüler. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.